Der Kölnberg ist eines der berüchtigsten Hochhaus-Ghettos in Deutschland. Zu Hause kaputt. Warum kaputt? Was ist zu Hause kaputt? Mafia. Na scheiße. Aber hier leben wirklich Menschen. Und das ist eigentlich das, was uns hier so schockiert. Man sieht hier eigentlich so ziemlich alles aus den Fenstern oder von den Balkonen fliegen. Bis hin zu Windeln und Fernseher, Kühlschranken. Niemand lebt freiwillig hier. Spiegel TV Wissen erzählt die Geschichten der Menschen von Kölnberg. Wenn das nachts ist, dann meinen Sie, Sie schauen auf Manhattan und dann auf die Autobahn nach New York rein. Das ist wirklich schön. Das ist schön. Das erinnert mich an Freiheit. Der Kölnberg liegt im Stadtteil Meschenich. 4100 Menschen aus 60 Nationen leben hier. Mittendrin, im Hochhaus 4, eine eigene Polizeiwache. Die Polizei in Kölnberg schickt Lothra. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo ist das Problem? Wolfgang Neidl arbeitet seit vier Jahren hier. Bei seinem Kollegen Thilo Lothra sind es sogar schon 17. Okay, wiederhören. Dann können wir jetzt mal gucken, was wir heute erledigen. Was meinst du, du sollst mal anfangen? Fangen wir mit der an. Wir sollten dann hier den Haftbefehl noch mitnehmen auf jeden Fall. Der ist wahrscheinlich eh nicht da, aber die reagiert immer auf Nachrichten. Dann haben wir hier den auf jeden Fall. Den müssen wir einsperren, der kann ich zahlen. Na klar, den kriegen wir, wenn du so. Und dann nehmen wir noch die Aufenthaltsermittlung mit. Für die beiden gibt es jede Menge zu tun. Bis zu 600 Haftbefehle und Aufenthaltsermittlungen pro Jahr bearbeiten die Beamten. Das ist weit mehr als der Kölner Durchschnitt. Routine kommt am Kölnberg aber nur selten auf. Der erste spontane Einsatz wartet nach wenigen Schritten. Zu Hause kaputt. Warum kaputt? Was ist zu Hause kaputt? Mafia. Tür kaputt? Keine Ahnung. Tür, eure Wohnung, aufgebrochen. Da rein, da klaut alles. Wo wohnt ihr? Hier? Ja, ja, komm her. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, das gucken wir uns mal an. Gehen wir mal grad hoch. Einbrüche gehören in der Hochhaussiedlung schon fast zum Alltag. Eine rumänische Familie ist offenbar bestohlen worden, während sie einkaufen war. Doch der Fall ist kompliziert. Nicht nur wegen der Sprachschwierigkeiten. Das war vorher alles ganz und ist jetzt kaputt. Ja, alles normal. Eindeutige Hebelspuren. Ich würde sagen, großer Schraubendreher. Schön mit so fast einem Zentimeter Klingenbreite. Und damit kommt man an den Blech dann leicht vorbei. Vor allem, wenn das nicht abgeschlossen ist. Plötzlich taucht auch noch der Nachbar am Tatort auf. Ja, ich hab gar nichts mitbekommen. Nur, dass ich hier raus wollte und die Kinder und die Leute vor verschlossener Tür standen. Und dann hab ich versucht, über die Hausverwaltung und über Polizei, bla bla, irgendwie eine Hilfe zu machen. Ich verstehe die Leute ja kaum. Wann zum Aldi gegangen? Wie viel Uhr? 12 Uhr. Und wann wieder hier? Also 12 Uhr 35? Irgendjemand hat er sich offenbar am Schloss zu schaffen gemacht. Die Tür lässt sich nicht mehr mit dem Hausschlüssel öffnen. Wer hat denn jetzt die Tür hier aufgehendet? Die Frau und ich, wir haben, na, warte ich dir auf. Aber hier drin alles in Ordnung, okay? Nächstes Klaut hier zu Hause. Ja, ist schon gut. Zumindest ein versuchter Einbruch. Offensichtlich ist ja hier nichts durchwühlt worden. Wer weiß vielleicht gestört worden, warum das nur beim versuchten Einbruch geblieben ist, wissen wir jetzt noch nicht. Gut, also innen geht er rein und außen nicht mehr. Warum auch immer, ne? Gut. Ähm, wer hat das gemacht? Sie selber? Ja, ne, 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 ne. Ähm, ja, entweder selber wechseln, aber das hier aufbewahren. Nicht wegwerfen, ne? Ja, nix. Das Teil in eine Tüte tun. In eine Tüte und hier aufbewahren. Ja, 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 okay. Für Polizei, ja? Nicht wegwerfen, okay? Nicht wegwerfen, ne? Und wenn der Erkennungsdienst kommt, möchte der das mitnehmen, okay? Als Spurensuche. Ja, ich komme, die kommen, die kommen, die Polizei. Ich weiß nicht, wann die kommen. Ich habe Telefonnummer von Frau, wir sagen nachher Bescheid und die kommen dann, wenn die Zeit haben. Die können wahrscheinlich erst morgen kommen. Das ist schon zu spät, schätze ich mal. Okay? Muss ich erst anrufen. Alles klar? Gut. Diebstähle gibt es im Hochhaus viele. Oft gehen sie auf das Konto von Drogenabhängigen. Was hier genau geschah, bleibt ungeklärt. Wer keine Wohnung hat, sucht sich einen Platz im Hausflur. Entsprechend verwahrlost ist auch das Treppenhaus. Das sind menschliche Hinterlassenschaften. Auf gut Deutsch, das ist scheiße. Die Leute machen einfach der eine oder andere hier halt den Hausflur von den Obdachlosen oder von den Junkies. Und dann sieht das so aus. Eklig. Der Kölnberg ist ein Rückzugsort für gescheiterte Existenzen. Drogenbesteck im Treppenhaus, keine Seltenheit. Das ist so klassisch zum Blown. Das heißt, da wird Heroin draufgelegt, erhitzt und der Rauch wird eingeatmet. Das ist dann wahrscheinlich nicht ganz so hart vom Kick, als wenn man es spritzt. Aber das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, weil ich es noch nicht probiert habe und es auch nicht probieren werde. Das sind halt Reste vom Konsum von Heroin. Nun wartet die Vollstreckung eines Haftbefehls auf die Beamten. So, klack. Polizei, machen Sie bitte mal auf. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche die Frau ***. Was wegen? Ich habe hier einen Haftbefehl gekriegt für Sie. Und zwar noch über 50 Euro. Restgeldstrafe. Das waren ehemals 450 Euro. Da wurden schon 400 Euro bezahlt. Wurden bezahlt? 400 bezahlt. Es fehlen noch 50. Okay. Wie viel was ist das? Dann können Sie mir das bitte sagen. Ja, genau. Das kann ich Ihnen sagen. Und zwar Erschleichung von Leistungen. Sind Sie mal schwarz gefahren? Schon was länger her. 2009. Ja, könnte so. Ja, ja, ja. Schon lange, aber... Schon lange, aber jetzt bis der Staat ist da und will sein Geld. War das im Zug oder im Bus? Das weiß ich nicht. Das steht hier nicht drauf. Kriege ich auch eine Quittung? Ja, gell? Ja, natürlich bekommen Sie eine Quittung. Ich kriege ja Geld von Ihnen. Oder wollen Sie mir das Geld so geben? Nee. Nee. 50. 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 Das Problem ist, ich weiß, Sie kommen hier wieder nicht weg. Es ist halt ein Schichtbetrieb, da braucht man nicht weiter. Es kann dann sein, dass man so weit hinkriegt wie im Zweischichtbetrieb. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Das ist das, was ich jetzt vorhabe. Okay? Gut. Und damit wären Sie auch einverstanden. Mehr würde ich auch heute gerne mit Ihnen besprechen wollen. Sie wissen ja, wie das hier funktioniert. Wenn Sie dran vorbeigehen, kommen Sie einfach kurz rein. Sollte ich von dem Einsteller was hören, dann würde ich mich sowieso bei Ihnen melden. Telefonisch, Handy ist ja jetzt auch vor Ort, etc. Die Vermittlung ist auch deshalb schwer, weil Kölnberg als Wohnadresse wie ein Stigma wirkt. Ich muss nochmal tun für die Rente. Ich kriege zwar immer einen Rentenbescheid, das wird auch nicht viel höher. Aber dadurch, dass ich nicht mit Papieren arbeite, das muss ich nochmal. Und schwarz arbeiten könnte ich, tue ich aber nicht. Fähren dafür gibt es genug. Und dann bleibe ich eben, oh, ein bisschen mit weniger Geld. Ich muss ja mit 300 und, ich bin im Moment noch abgehauen, 391 auskommen. Und im ganzen Monat. Grundsätzlich würde ich sagen, ist er in der Hinsicht nochmal eine Ausnahme, dass er richtig motiviert ist. Das muss ich einfach sagen. Bei anderen muss man die Motivation nochmal ein Stück freilegen. nochmal fragen, hör uns, warum sitzt du überhaupt hier? Was willst du hier? Was ist dein Ding? Ja, da gehst du best... Also wenn die sich hier falsch fühlen, dann passiert alles. Die werden krank ohne Ende, dann fliegen die gelben Scheine auf unseren Schreibtischen rum. Das macht ja alles keinen Sinn. Die private Jobbörse erhält für jede Vermittlung eines Arbeitslosen Geld vom Jobcenter. Doch manch einer will keine Beratung, sondern nur Kopien. Und seinem Ärger etwas Luft machen. Seit einem Jahr wohne ich hier auf der alten Brüderstraße 8. Ich habe die Wohnung angemietet. Also die ist dermaßig befallen, also das ist unbewohnbar. Ich habe Kakerlaken, Mäuse in der Wohnung. Das ist meine Küche gewesen. Und hier aus dem Rohr kamen halt die Mäuse raus. Also hier aus dem Loch und ich weiß nicht, was das da unten ist. Und hier, das ist meine Fußleiste. Und hier aus diesen Leisten kamen halt die Kakerlaken. Das wurde einfach so befestigt. Und das ist jetzt hier zum Beispiel Rohr von der Toilette. Ich weiß nicht, was das hier ist. Schimmel oder was weiß ich, was das da ist. Dass es dermaßig befallen ist, also dass es mich auch gesundheitlich auch angegriffen hat. Also dass ich auch dreimal im Krankenhaus war deswegen. Und die haben nichts gemacht. Das Einzugsgebiet der Jobbörse ist groß. Doch häufig weigern sich Menschen aus anderen Stadtteilen, den Kölnberg aufzusuchen. Man geht nicht mit Schicksalen, wo eine Entscheidung dazu geführt hat, dass man hier unter Umständen in Mäsche nicht gelandet ist oder eben andere Problematiken hat. Verschuldet, krank, Familie kaputt, Drogen, Abhängigkeiten und so. Das ist schon sehr anstrengend. Also man ist schon froh, zwischendurch nach Hause gehen zu können und zu sagen, lass das jetzt mal hinter mir. Also hier jetzt in dem Stadtteil auch noch wohnen zu müssen, wäre für mich nicht vorstellbar. Ursprünglich war der 1973 erbaute Kölnberg als hochwertige Immobilie geplant worden. Heute sind die Häuser steingewordenes Monument für eine gescheiterte Integrationspolitik. Die verschiedenen Kulturen leben hier eher neben als miteinander. Hier wohnen zu 85% Migranten. Dann haben wir hier die Deutschen, die hier wohnen, sind aus dem Alkoholikamilieu, aus dem Drogenmilieu. Es ist ein klassischer Täter-Rückzugsraum, würde ich sagen, wo dann halt auch viele aus der Bannenstruktur und Menschen sich hier zurückziehen können und anonym leben. In der Anonymität der Betonstadt können Täter leicht untertauchen. Echte Nachbarschaft gibt es kaum. Plötzlich macht sich Nervosität breit. Lotterer hat eine Wohnung gegenüber der Wache im Visier. Dort könnte ein seit Jahren gesuchter Mann untergetaucht sein. Da habe ich eben gerade Bewegung auf dem Balkon festgestellt, dass eine männliche Person da langgegangen ist. Ich gehe davon aus, dass es sich um den Tatverdächtigen handelt beziehungsweise um die gesuchte Person. Wir werden jetzt darüber gehen, den Eingang des Hauses 8 verposten, warten auf die Kollegen und werden dann zusammen in die Wohnung gehen, und gleichzeitig im Rückraum hier absichern, dass er nicht flüchten kann durch den Schwung vom Balkon. Lotterer und Neidl sind vorsichtig. Denn gegen den Mann liegt ein Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung vor. Zivilfahnder sind zur Verstärkung gekommen. Der Gesuchte ist seit mehr als 4 Jahren untergetaucht. Ihm drohen 1,5 Jahre Knast. Die Polizei, kommen wir mal kurz rein, komm. Ja, bitte schön. Nehmen Sie kurz den Platz. Bitte schön. Lassen Sie alles, lassen Sie alles, wie es ist. Sorry, Sie können sich ja ein Messer nehmen. Ich sage Ihnen das gleich. Lassen Sie kurz hier, sorry. Sie sind festgenommen. Bleiben Sie da. Wir haben ein Jahr, 6 Monate offen, Haftbefehl. Deswegen, bitte, ich taste Sie kurz ab. Lassen Sie. Ja, ja, Sie. Ich will nur sehen, dass Sie kein Messer haben. Ich kenne Sie nicht oder sonst was. Wenn Sie ruhig sind, ist alles in Ordnung. Und so lange, bis wir das nicht genau wissen, gucke ich hier gerade rein. Die Person nehmen wir jetzt gleich mit, beziehungsweise die Kollegen von der Fahndung werden ihn mitnehmen zum Polizeigewahrsam nach Kalk. Und von da aus wird er zur JVH Köln verbracht. Aber es ist die gesuchte Person? Es ist definitiv die gesuchte Person. Die Beamten sind durch Zufall auf die Spur des Gesuchten gekommen. Vor einiger Zeit hatte er sich ein Taxi zum Kölnberg genommen und die Zeche geprellt. Ein folgenschwerer Fehler. Der Mann vergaß sein Portemonnaie samt Ausweis im Wagen. Offenbar wohnte er schon länger in der Siedlung, unbemerkt von der Polizei. Das ist hier natürlich auch ein Ort, wo man sehr gut untertauchen kann. Wenn man sich hier nicht anmeldet, sehr unauffällig zurückhaltend lebt, trotz der Polizeiwache. Das ist anonym. Den Nachbarn interessiert nichts. Das haben Sie ja auch schon mitgekriegt. Die Nachbarn interessiert es auch nicht, was der andere macht. Häufig stehen an den Briefkästen keine Namensschilder. Behördliche Post kann nicht zugestellt werden. Seit der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit kommen immer mehr Menschen aus Rumänien und Bulgarien auch auf den Kölnberg. Viele bleiben anonym. Ein weiteres Problem für die Beamten. Einen Großteil der Zeit verbringen sie ohnehin mit polizeilicher Sozialarbeit. Irgendwas ist immer. Machen Sie mal bitte die Tür auf. Hier ist die Polizei. 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 Guten Tag. Sie sind so laut. Ist alles in Ordnung? Haben Sie ein Problem? Nein, nein, nein. Weil Sie so laut sind. Nein, nein, nein. Weil Sie so laut sind. Oh, 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 oh. Ist was kaputt? Na ja. Weißt du, Hausmeister schon Bescheid? Die wissen schon, habe ich nicht. Also, dann kommen die jetzt zu Ihnen. Alles klar. Einen Wasserschaden haben Sie hier. Ja, ja, Wasserschaden haben Sie hier. Hausverwaltung weiß ja Bescheid und hilft Ihnen. Okay, gut dann. Ja, ja, die wissen Sie nicht. Da kommt ja gleich ein Hausmeister vorbei. Was geht dann, ja? So. Ganz schön. Ganz schön. Oh, ganz schön. Oh, oh, oh. Ja, ja. Wird repariert, okay? Okay. Tschüss. Neun Hochhäuser, 1.300 Wohneinheiten und jede Menge Ärger. Der Großteil der Haftbefehle rührt von nicht gezahlten Bußgeldern. Was ist schwer, was verbrennen die denn da, ey? So eine Grillkohle reinschmeißen, das ist unsere Chance. Hallöchen. Guter Tag. Ja, was verbrennt denn hier? Es stinkt. Viel zu viel Qualm ist hier. Das ist ein Grill für Holzkohle und nicht für feuchte... Sorry. Nee, feuchte Dinger und hier so Metallzeug, die ist schon gar nicht. Das müssen die Scheiße sein hier, ne? Hier und sowas auch nicht. Sowas kommt nicht aufs Feuer, das ist giftig. Ist hier auch was dabei? Hallo. Das ist mein Ding. Offenbar werden die Kabel zur Kupfergewinnung abgefackelt. Woher die Sachen kommen, bleibt unklar. Grundstoff zu verbrennen, das machen wir nicht. Das ist ein Grillplatz, da wollen andere Menschen drauf grillen. Und deswegen werden wir das jetzt hier unterbinden, was das Verbrennen von dem nassen Holz und den Kabeln-Resten angeht. Und einmal überprüfen, ob was gegen die Leute vorliegt. Die aufgestaltet sich relativ schwierig, oder? Ja, es ist natürlich so, die können jetzt so gut wie kein Deutsch. Ich kann leider kein Polnisch. Und deswegen müssen wir so ein bisschen mit Händen und Füßen reden. Aber ich denke, wir werden da schon die Lösung hinkriegen. Dass wir hier aufhören mit diesem Verbrennen von dem Plastik. Das kriegen wir schon hin. Jeden Donnerstag bekommen die Kölnberger Besuch aus der Nachbarschaft. Ehrenamtliche Helfer haben den sogenannten Brotkorb gegründet. Sie sammeln Lebensmittel und verteilen sie an die Bewohner. Öl, Nudeln, Suppen, Reis und Äpfel. Auch Anwohner packen mit an. Für sie geht es hier um viel mehr als um Lebensmittel. Wenn ich das nicht hätte, würde ich bei mir in der Wohnung hängen, Fernseh gucken, PC zocken. Somit habe ich eine Beschäftigung. Ich komme mit Leuten in Kontakt. Weil ich bin von Natur aus etwas Kontakt schuld. Und hier muss der Kontakt haben. Anders geht es nicht. Der Andrang ist groß. Fast immer kommen über 100 Menschen. Die Lebensmittel gibt es kostenlos. Gespendet von der Tafel, aber auch von Supermärkten, Bäckereien und vielen Privatpersonen. Jeder Vierte am Kölnberg lebt von Sozialleistungen. Das ist für mich eine große Hilfe. Eine große Hilfe. Und das sind sehr, sehr gute Menschen. Ich bin sehr zufrieden. Wenn ich komme, machen sie mir alles, was sie können. Nicht immer bleibt es friedlich. Was ist das hier? Ich schreie nicht so. Und um uns zu. Ja, dann stellen wir uns doch richtig an, dass ihr doch richtig verletztet. Komm, ich mach gleich die Tiere so. Was ist jetzt hier noch? Reakt jetzt. Kommst du da? Ja, ja. Ich rufe, wenn ich da komme. Wenn ich am ersten Geld bekomme, manche haben am 15. ja nichts mehr. Die gehen sich meistens viele trinken holen. Oder sie haben durch die Kinder viel zu bezahlen. So am Ende des Monats wird das richtig hart. Aber meistens sind wir die Polizei. Können sie dann ja nicht alleine bewältigen. Doch die Ordnungshüter haben erst mal anderes zu tun. Der nächste Haftbefehl wartet. Es geht um eine ausstehende Summe von 500 Euro. Schönen guten Tag. Wir müssen mal reinkommen. Wir müssen von der Polizei. Ich muss jetzt zu der Krankenalgiegymnastik. Nee, sie kommen mit uns mit. Ich bin ja hier. Sie sind gerade am Duschen. Ja, ist okay. Ziehen Sie. Ich würde sie ab dem Team machen. Sie kommen mit. Aber ich habe 500 Euro bezahlt. Wir gucken gleich mal. Sie ziehen sich an. Wir können das jetzt hier nicht klären. Wir müssen auf unsere Dienststelle gehen. Einmal 10 ist neu. Aber die 500 ist noch neu. Machen wir gleich alles in Ruhe. Deswegen, wir gehen jetzt zusammen dahin. Wir kommen jetzt auf jeden Fall erst mal mit zur Wache. Er hat hier irgendeinen Schein, wonach er angeblich bezahlt haben will. Das können wir nur auf der Wache überprüfen, weil wir da die Aktenzeichen haben. Das heißt, er wird jetzt erst mal mitkommen zur Wache. Da werden wir das abklären. Und ob das dieselbe Sache ist, die wir für ihn haben. Und jetzt, wenn er diese 500 Euro nicht hat, dann müssten wir ihn halt festnehmen. Tun Sie erst mal vorsichtshalber Sachen mitnehmen, die wichtig sind für Sie. Falls wir Sie gleich doch ins Gefängnis tun müssen, nehmen Sie Ihren Ausweis mit, Geld und so weiter. Wenn Sie alles zusammen haben, gucke ich ganz kurz mal in die Taschen, ja? Dass Sie kein Messer dabei haben. Nein, ich habe keine. Ja, ich sage, haben Sie alles zusammen, ja? So, ich mache das auch nur so, okay? Zack, zack, zack. Gut. So, Kappi, Hammer. Ja, gucken Sie mal. Ja, das ist okay für mich, kein Problem. Ein Moment. Einmal Licht noch im Wohnzimmer aus? Ja, ausmachen. Abschließen noch oder nicht? Einfach so. Einfach so, nicht abschließen? Ihre Sache. Kommen Sie langsam hinter mir her. Erst auf der Wache wird sich zeigen, ob seine Geschichte stimmt oder ob der Mann womöglich gleich ins Gefängnis muss. Die wenigsten der 4000 Menschen wohnen freiwillig hier. Doch wer kein Geld hat, der bleibt. Denn die Miete ist mit rund 6 Euro pro Quadratmeter für Kölner Verhältnisse günstig. Auch die 74-jährige Marianna, eine Freifrau mit wohlklingendem Nachnamen, wohnt hier. Sie entstammt einem alten schlesischen Adelsgeschlecht. Heute lebt sie auf 40 Quadratmetern für 450 Euro warm. Wir sind hier in diesem Trakt, ich nehme an, nicht mehr als 8 Deutsche. Nicht mehr. So. Alles Gestrandete. Entweder dem Alkohol verfallen oder durch Scheidung oder irgendwas. Hier lebt keiner freiwillig von den Deutschen. Keinen. Sagen Sie mir, einen Deutscher, der hier freiwillig lebt. Den möchte ich gerne kennenlernen. Die Wohnung, vollgestellt mit Antiquitäten aus besseren Zeiten. Ein Gegenprogramm zur Tristesse vor der Tür. Wenn die Miete abgezogen ist und der Strom abgezogen ist, da habe ich im Monat 390 Euro. Und mit meiner Rente kann ich mir keine Wohnung in einem normalen Viertel leisten. Kann ich nicht. So einfach. Wer denkt in der Jugend darüber nach, dass man so alt wird? Wer? Keine. Hund Äffchen wird von der Nachbarin ausgeführt. Die Freifrau selbst verreist nur noch in Gedanken. Wenn das beleuchtet ist, wenn das nachts ist. Und da meinen Sie, Sie wohnen im 32. Stock und schauen auf Manhattan und dann auf die Autobahn nach New York rein. Das ist wirklich schön. Das ist schön. Diese Freiheit, das erinnert mich an Freiheit. Tja. Auf der Polizeiwache müssen Lotterer und Neidl nun die Angaben des Verhafteten prüfen. Können Sie hier mal Platz, bitte? Immer wieder kommt es vor, dass Haftbefehle noch ausgeschrieben sind, obwohl die Verurteilten ihre Geldstrafen bereits gezahlt haben. So ist es auch in diesem Fall. So. War derselbe? Ja. Er ist auch mittlerweile gelöscht. Das heißt, 10 Euro bleiben noch offen. Dann machen wir die 10 Euro jetzt sofort. Dann ist das erledigt. Das andere ist dann auch erledigt. Der Mann hat die Wahrheit erzählt und darf nach Hause gehen. Die größten Probleme am Kölnberg sind die illegale Prostitution und der Drogenhandel. Nur ganz selten gelingt es, die Hintermänner zu fassen. Zu den Kunden der Dealer gehören auch viele heroinsüchtige Frauen, die auf dem Straßenstrich vor dem Haus anschaffen. So wie Sabine. Ich bin jetzt 43. Ich habe mit 10 angefangen zu trinken, exzessiv. Mit 12 habe ich erst einmal mir die Nadel reingehauen. Ich habe immer Drogen genommen, immer irgendetwas. Ich habe jetzt innerhalb von 5 Jahren aufgehört mit dem Alkohol, Tabletten, mit dem Spritzen. Und jetzt eben halt kommt noch der Rest. Das ist schon viel. Und dann eben halt Wohnung. Das ist das Schwierigste. In Köln ist Wohnungsnot. Das wisst ihr bestimmt auch. Und dann, wenn ich dann daherkomme, dann sind die da nicht gerade begeistert. Ja, so ist das. Mal schläft Sabine draußen, mal auf irgendeiner Couch. Die Sucht nach Heroin bestimmt den Tagesablauf. Ich stehe auf, dann gucke ich erst mal, dass ich mir ein paar Mark hier schnurre. Wenn ich dann ein bisschen fit bin, dann gehe ich hier auf den Straßenstrich, mache ein Freier. Ja, und dann geht das so weiter. Also Kunde was kaufen, konsumieren. Und das eigentlich 24 Stunden lang. Ob Ruhestörungen oder Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Beamten Lotterer und Neidl sind immer im Einsatz. Auch bei skurrilen Vorkommnissen. Da hat einer irgendwo oben, wenn sie schräg hoch geht, macht gerade einer seinen Balkon sauber. Da oben, man sieht ihn genau, da wo es ist. Echt kölnisch Wasser von oben. Erklärungsversuche. Wer wird geputzt oder man ärgert sich über den Kiosk, der da ist und will damit die Leute da ärgern. Der Kioskbesitzer kann nicht wirklich weiterhelfen. Morgen 11 Uhr Anfang. Heute Morgen? Ja. Immer wieder oder immer ein bisschen ruhig bleiben. Jetzt halbwegs, dann immer weiter Wasser kommt. Möglicherweise ist es ein Wasserrohrbruch. Da in der betroffenen Wohnung aber niemand öffnet, rufen die Beamten den Hausmeister zur Hilfe. Mit einem speziellen Bohrer wird das Türschloss geknackt. Plötzlich hört Lotterer doch noch Geräusche aus der Wohnung. Hier ist die Polizei, jetzt macht die Tür auf. Aber zackig. So, was machst du hier? Was machst du auf deinem Balkon? Ich habe sauber gemacht. Nicht sauber gemacht. Du lässt dir Wasser runterlaufen wie ein Irrer. Ein Schlauch führt aus dem Bad auf den Balkon. Doch der Bewohner hat eine Ausrede parat. Das ist voll Scheiße und Stau, der kommt. Ich muss jetzt das sauber machen. Ich kann nicht mal atmen. Ich bin operiert geworden. Ich muss ja sauberer Luft atmen. Ich muss ja das sauber machen. Und dann gebe ich Essen noch. Ja, natürlich, das schauen Sie. So, pass auf. Da haben Sie geschaut. Der Schlauch steckt in dem Ablauf. Da ist nichts gereinigt worden. Das letzte, ich lasse ab. Nee, nee, nichts. Du hast den Schlauch in den Ablauf gesteckt und lässt das Wasser da runterlaufen. Da ist Schluss jetzt mit der Sache. Haben Sie uns jetzt verstanden? Ich habe verstanden, natürlich. Das Ding, nie wieder da rein. Ja, genau. Okay? Das macht man nicht. Das habe ich gemacht. Aber das macht man nicht. Sie haben einfach nur den Ablauf gesteckt und einfach das Wasser laufen lassen. Sie haben da nicht sauber gemacht. Ich war eben da. Ich habe jetzt zwei Besen da. Wie habe ich nicht sauber gemacht? Nichts ist da sauber gemacht. So. Der geübte American-Football-Spieler Lotterer setzt ein Ultimatum. Dann müssen wir nochmal wiederkommen. Dann nehmen wir den Schlauch weg und alles Mögliche, mit dem du hier Unsinn machen kannst. Schlauch einrollen, weg. Und dann noch einmal einen Tropfen Wasser rauf. Anzeige. Und dann nehmen wir die ganzen Sachen ab. Und dann sorgen wir dafür, dass die Hausverwaltung dir kündigt. Okay. Das ist vorbei. Offenbar gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein Frühjahrsputz auszusehen hat. Oder was eine aufgeräumte Wohnung ist. Auch solche Einsätze gehören hier zur ganz normalen Polizeiarbeit. Und sagen, klar, dass man den nicht findet, ey. Ich pfeife ihn. Der Anteil der türkischen Bewohner am Kölnberg sinkt seit Jahren. Für die, die geblieben sind, gibt es eine eigene Moschee. Im Keller von Haus 12. Als die Moschee in den 70ern eingeweiht wurde, waren die Muslime froh, überhaupt eine Möglichkeit zum Gebet zu haben. Heute ist der Zustand der Räume zu einem echten Problem geworden. Das sind die ganzen Kanäle von Haus 12. Ich rede jetzt von WC-Kanälen. Die gehen einmal im Monat, ist Undigkeit, kommt Reparatur vor. Dann sieht das hier aus wie eine, wie soll ich sagen, Mitte der WC sind es dann. Und das muss nicht für die Moschee unbedingt das schönste Raum sein. Wir sind manchmal morgens hier, zur Gebetszeit, ist ein Raum unter Wasser. So, dann können Sie sich vorstellen, wie das aussieht. Draußen stinkt vielen vor allem die eigenwillige Kultur der Müllentsorgung. Nicht wenige ziehen einen Sackwurf aus dem Fenster dem Gang zur Mülltonne vor. Frühmorgens wird der Abfall dann von der Hausverwaltung entsorgt. Mieter Enko kann das Schauspiel jeden Tag von seinem Balkon im 12. Stock verfolgen. Man sieht hier eigentlich so ziemlich alles aus den Fenstern oder von den Balkonen fliegen. Angefangen bei normalen Hausmüll über Verpackungen bis hin zu Windeln und Fernseher, Kühlschrank und im Prinzip alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Und das ist auch, wenn man vorne am Haus vorbeigeht, da muss man aufpassen, dass man nicht eine Windel oder Bananenschale auf dem Kopf kriegt. Und ich kann es nicht verstehen, es geht nicht in meinen Kopf rein. Die Adresse am Kölnberg? Für den arbeitslosen Busfahrer und seinen thailändischen Mann das Ergebnis einer frustrierenden Wohnungssuche. Im Jahr 2010 kam mein Mann dann halt nach Deutschland, haben wir geheiratet. Und Kölnberg sind wir gelandet oder besser gesagt gestrandet in meinen Begriffen, weil wir sind aus Thailand zurückgekommen. Wir haben dann zuerst in einer Monteurwohnung gewohnt, die sehr teuer war. Und wir mussten dann halt so schnell als möglich irgendwas Bezahlbares kriegen. Und das war eben halt hier Kölnberg. In Thailand arbeitete der 45-Jährige lange Zeit als Englischlehrer. Der Abschied von seinen Schülern fiel ihm schwer. Er fühlte sich anerkannt und nicht abgeschoben, so wie heute. Sein altes Leben vermisst er sehr. Dann gibt es so Situationen, ich kam vom Einkaufen, zwei schwere Einkaufstaschen, einer von meinen Schülern kommt entgegen, zehn Jahre alt, sieht mich, begrüßt mich mit dem üblichen Wei in Thailand. Der Junge kommt zu mir, ohne dass irgendjemand noch was sagen muss, nimmt mir eine Tasche ab und hilft mir die Tasche zum Auto zu tragen. Das gibt es hier nicht. Schon länger sucht er vergeblich eine Stelle als Busfahrer. Sein Mann jobbt als Sushi-Koch. Also ich hätte nicht mal in meinen kühnsten Albträumen gedacht, dass ich hier lande. Ich habe praktisch keinen Kontakt zu den anderen hier. Um ehrlich zu sein, möchte ich es auch nicht wirklich. Bei uns am Flur geht es, weil die älteren Damen und Herren, die da wohnen, die sind ganz nett und ganz umgänglich. Und ich glaube, die sind auch nicht glücklich hier. Aber ansonsten wirklich nur ins Auto und weg. Am Ende eines langen Arbeitstages noch ein Einsatz für die Beamten Lotterer und Neidl. Die Hausverwaltung hat um Hilfe gerufen. Wir gehen jetzt in eine Wohnung, wo sich vermutlich illegal rumänische Roma aufhalten sollen. Hausverwaltung, aufmachen. Die Wohnung ist von innen verbarrikadiert. Warte, ich komme durch. Du kommst doch schon mal durch. Irgendwie komme ich da. Einen Kühlschrank haben sie da vor. Ah, nee. Oh. Ich habe es geschafft. Moment, Leute. Erst mal gucken, ob hier noch einer ist. Und dann mache ich das andere. Lass uns erst mal rein. Lass uns rein. Nicht alleine gucken. Es ist leer. Ja, gut. Ja, ich wollte erst mal, dass mir keiner in den Rücken fällt. Ist im Kühlschrank drin. So, Sekunde. Jetzt mache ich ihn weg. Mit meinen Finger dazwischen. Okay, dann gehen wir mal. Gucken wir mal die Wohnung durch. Boah. Na, scheiße. Boah. Aber riecht bewohnt, ne? Ja, ja. Da hausen die hier. Ich weiß nicht, ob die Tür hier auf stand, aufgehebelt wurde. Wie die das hier gemacht haben. Doch, hier sind ja überall Hebelspuren. Jetzt haben wir es ja schon. Das sehen Sie ja jetzt hier auch ganz deutlich. Alles aufgehebelt. Und dann sind die eben so wieder rein. Das sind Restmöbel, die vom Vormieter zurückgelassen wurden. Dann würden Matratzen hier reingelegt. Und dann wird hier einfach nur genächtigt. Aber hier leben wirklich Menschen. Und das ist eigentlich das, was uns hier so schockiert. Das heißt, wenn hier so viele Spinnen sind, haben wir hier auch wieder Kakerlaken. Boah, guck dir die Decke. Eigentlich ist es unvorstellbar, weil allein der Ekel schon mit den ganzen Kakerlaken, die ganze Gardine ist voll und alles und die ganze Bude ist gefallen. Und dann ist es nicht schön. Man muss selber, also wie immer, aufpassen, dass wir so ein Vieh mal nicht mit nach Hause einschleppen, was bisher noch nie passiert ist. Aber ich hatte es schon bei mir in der Jacke, so ein Vieh drinne. Wenn ich es nicht gemerkt hätte beim Anziehen, dass er dann rausfällt oder so, dann kann das vielleicht durchaus mal sein. Oder Rucksäcke, was weiß ich was. Alles möglich, ja. Deswegen sind wir halt auch mit engagiert und auch dahinterher, diese Wohnung endlich zu verschließen. Dass dieser Verfall nicht weitergeht und das geht ja auch dann weiter an andere Mieter und so. Das hört ja hier dann nicht auf. Dieser Ungezieferbefall, diese Kakerlaken zum Beispiel, die kennen ja so keine Grenzen. Wenn man irgendwo einen Herd hat, der breitet sich auch aus. Das ist ja auch zum Schutz, sagen wir uns so, für die Eigentümer der ganzen Hochhäuser hier. Muss Teppich raus, dann muss die Tapete runter. Es muss dann desinfiziert werden. Und das Problem ist hier der Geruch, der sich überall fest setzt. Eine Katastrophe ist das. Das ist eine Wohnung von 506 Wohnungen, die wir haben. Das heißt also, wir haben ungefähr 40 Leerstandwohnungen. Und das ist ein Problem, die unter Kontrolle zu halten. Eine von Ungeziefer befallene Wohnung ist für diese Menschen offenbar besser als das Leben in der Heimat. Man stumpft natürlich mit der Zeit ab, wenn man hier arbeitet. Wenn jetzt Leute neu hier hinkommen, die sind schockiert. Und das ist auch ganz normal. Das ist auch die normale Reaktion. Bei mir ist es halt so, ja, die lange Zeit über in Kölnberg, man gewöhnt sich dann auch da dran. Man weiß, dass es so ist. Das heißt aber nicht, dass es so richtig sein soll. Es ist einfach, ich bin seit 16 Jahren hier und ich weiß, dass das so ist. Und Leute, die hier neu hinkommen, die sind klar geschockt. Und das ist auch genau das, was man sein muss, wenn man sowas zum Teil sieht. Weil es sollte nicht der Regelfall sein. Irgendwann wurde es dann auch Thilo Lotterer am Kölnberg zu viel. Wenige Wochen später wechselt er die Wache in einen ruhigeren Bezirk.